Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Tauchvideo hier aus Ägypten. Beim ersten Tauchgang hier in der Hub sind wir ja schön im Blue Hole rumgeblubbert. Der zweite Tauchgang für heute findet jetzt hier im Canyon statt, der nur ein paar Meter vom Blue Hole entfernt ist. Los geht's und viel Spaß dabei! in 45 Millionen € ddm w nun im das das mein kein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dieser urige Kerl ist ein wertiger Drachenkopf, der zu der Familie der Skorpionfische gehört. Er verfügt über giftige Stacheln in seinen Flossen, die er zu Abstreckung oder Verteidigung aufrichtet. Eine Berührung mit diesem Kollegen kann zu Lähmungserscheinungen, Kreislaufproblemen, Herzrasen, starken Schmerzen sowie Atemnot führen. Der Einstieg zum Canyon befindet sich in ca. 20 Meter Tiefe und der Boden im Canyon selbst ist bei 30, knapp 32 Meter. Sobald ihr also das Piepsen von meinem Tauchcomputer hört, handelt es sich hierbei um den Tiefenalarm, der bei 30 Meter eingestellt ist. Sobald ihr auch das Piepsen von meinem Tauchcomputer hört, handelt es sich hierbei um den Tiefenalarm, der bei 30 Meter eingestellt ist. Sobald ihr auch das Piepsen von meinem Tauchcomputer hat sich hierbei um den Tiefenalarm, der bei 30 Meter eingestellt ist. Dieser scheue kleine Kerl ist ein Mimikri-Wippschwimmer und gehört zur Familie der Schleimfische. Um potenziellen Fressfeinden aus dem Weg zu gehen, imitiert er in Körperhaltung, Farbe sowie Schwimmverhalten seinen giftigen Kollegen den Schwarzstreifen-Säbelzahn-Schlangfisch, der über giftige Fangzähne verfügt, der halt nicht für jeden Raubfisch eine schmackhafte Mahlzeit darstellt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020